Ja, reitet mich der Teufel? Fünf der meistgesuchten Verbrecher in dieser Gegend? Ganz mieses Pack ist das. Ich schätze, Sie wollen das Kopfgeld für die Einsacken. Na, dann wollen wir mal rechnen. Also 200 pro Mann, fünf Leute, das macht 600. Ich hol nur die... Willst du mich verscheißern, du Filz-Hüpfer? Nö. Fünf Männer. Ah, 200, ja? Das macht, äh, 750. Oh, gut. 750.